Wolfgang Schäuble wird schwer unterschätzt. 2007 war er noch Innenminister und hatte einen ganz exklusiven Auftritt bei uns mit seinem SEK-Chor. Und was machen wir jetzt? Geiseln befreien? Banküberfall? Nee, jetzt singt das SEK ein Lied. Im Frühtau, wir stürmen dein Haus, Valdera. Wir sprengen deine Hausschür einfach raus, Valdera. Wir sind doch bei dir drinnen, du kannst uns nicht entrennen und siehst dabei ganz schön blöd aus, ja, ja. Wir sind doch bei dir drinnen, du kannst uns nicht entrennen und siehst dabei ganz schön blöd aus, ja, ja. Klasse. Geht's noch weiter? Im Flugzeug, wir schießen dich ab, Valdera. Im Villeflieger geht es dann, merkt ab, Valdera. Ach, erlauben, es ist morgen, doch uns macht's keine Sorgen, weil keine Nacht, kein Hahn mehr, Valdera. Ach, erlauben, es ist morgen, doch uns macht's keine Sorgen, weil keine Nacht, kein Hahn mehr, Valdera. Jungs, kommt, einen noch. Wir überwachen dich total, Valdera. Merken dich, du hast gar keine Wahl, Valdera. Ach, wir sind hinausgegangen, Terroristen fangen, komm mit und versuch es doch auch einmal. Ach, wir sind hinausgegangen, Terroristen fangen, komm mit und versuch es doch auch einmal. Ach, wir sind hinausgegangen, Terroristen fangen, komm mit und versuch es doch auch einmal. Ach, wir sind hinausgegangen, Terroristen fangen, Terroristen fangen, ach man mit und versuch es doch auch einmal.